Hey ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut, mir geht es super und ja, ich bin heute total busy unterwegs, morgen ist leider und ich muss so schnell wie möglich kochen. Ich habe ganz schnell bei Dingens, wo waren wir denn? Wir haben auf jeden Fall Versandtaschen gekauft, einmal die großen und einmal die kleinen. Genau, die sehen ein bisschen groß aus. Ich glaube sogar die sind zu groß. Aber egal, oder? Ich weiß nicht. Okay, das geht. Also ich habe auf jeden Fall von StyleX die Versandtaschen gekauft, einmal die großen, einmal die kleinen. Dann habe ich ein bisschen Obst gekauft, also Beeren, weil ich wollte einen leckeren Erdbeer-Cheesecake machen und mal was anderes, wie immer. Weil morgen ist ja Beidom und wir gehen zu meiner Mutter. Einmal Erdbeeren, einmal Himbeeren. Das waren auch die letzten Erdbeeren, ich habe mir die guten rausgeschnappt, so wie alle anderen auch. Dann habe ich Hähnchen gekauft, weil jetzt auf die Schnelle kein Türken mehr hündet. Ähm, Heidelbeeren, auch für die Deko. Also die Himbeeren und die Heidelbeeren sind für die Deko. Dann habe ich Schlagsahne gekauft, weil heute mache ich einen Kartoffelauflauf mit Broccoli und Nitzel. So, Orangensaft zum Frühstücken. Masi, was ist los, Teddy? Was ist los? Waschgibb? Spaghetti? Null Daniel, Jim. Teddy, was ist los? Dann Apfelsauch, der fragt immer auch darüber nach, wenn er dann mal arbeiten geht, kann er auch heute mitnehmen. Weil heute Nacht ist er weg. Dann einmal Kartoffeln. Übrigens, voll krass, Deutschland hat gestern 5-1 gewonnen. Stolz wie, keine Ahnung was. Ich habe auch eben zwei Flagen gekauft, einmal Deutschland und einmal Türkei. Mach ich beides dran. Dann einmal Parmesan-Gereben. Nein, ich fange noch nicht an zu kochen. Dann Gratalkäse. Wunderschwimmer. Wunderschwimmer. Guck mal, was ich Teddy gekauft habe bei Temo. Ja, Mami liebt dich auch. Ja, Mami liebt dich auch. Teddy. Geh, trink mal was, Teddy. Ich bin ja froh, dass das kein Schisser ist, wenn was von Papa. Ähm, Frischkäse habe ich gekauft. Dann Speisequark, brauche ich für den Kuchen. Ich kann euch ja gleich mitnehmen, dann zeige ich euch, wie ich den mache. Ja, machst du bitte alle Gardinen halb hoch, damit ich euch sehen kann. Danke. Spaghetti. Wenn was ist, kommt bitte rein, weil ich koche jetzt, ja? Orangensaft. Und Teddy, du hilfst mir beim Kochen. Der chillt ja immer neben mir und hofft darauf, dass irgendwas auf dem Boden fällt, damit er es essen kann. Butterkekse natürlich. Und Eier. Ganz wichtig, weil wir haben keine Eier mehr. Wir wollten auch morgen, ähm, eventuell mit den Kindern, ach, das habe ich übrigens aufgestellt. Schaut mal. Das ist eine riesen Keksmatte. Damit kann man nämlich für die Hunde Kekse selber machen, anstatt jedes Mal leckerlich zu kaufen, dass sie auch voll in die Tasche geht, ne? Ja, und dann muss ich gleich auf jeden Fall, ähm, die Sachen, die ich über Vintage schon verkauft habe, einpacken, damit das Montag zur Post kann. So, jetzt wasche ich meine Hände und fange an zu kochen. Das ist eine riesige Kekse, die ich über Vintage schon verkauft habe. Das ist eine riesige Kekse, die ich über Vintage schon verkauft habe. Wir waren jetzt mit Teddy kurz unten und haben hier alles hochgeholt. Ich muss die Sachen jetzt nur noch verpacken und verschicken. Ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich es geplant habe. Uh, aber, äh, mal schauen. So, das ist erledigt. So Mädels, ich war ganz kurz bei meiner Freundin im Laden. Währenddessen habe ich die Spülmaschine und so angemacht. Ähm, ja, ich habe nämlich den Dampfreiniger von ihr abgeholt. Wir kriegen ja Sonntag Besuch und ich dachte mir, ich probiere das mal mit dem Dampfreiniger aus. Ähm, ja, hat mich jetzt umgezogen, weil sie meinte, Emma, du wirst schwitzen. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. 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 Ich bin ja ertrinação. Ich bin ja. Ihm ja. Ich war gerade kurz bei Action und wollte euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ich sehe durchaus, es ist warm. Ich habe viermal diese Teller gekauft, weil die braucht auch immer wieder mal, wenn er dann grillt. Habe ich mitgenommen, jetzt müssen wir einmal waschen. Dann habe ich gesehen, Action hat jetzt The Pink Stuff. The Miracle Window and Glass Cleaner with the Rose Vinger. Immer gespannt, ist vegan. Ich brauche nämlich einen neuen Glas rein, weswegen ich eigentlich hingegangen bin. Einmal meinen Handschuh, Moment. Dann habe ich für meinen Hundi, für unseren Hund, einmal eine kühlende Hundematte gekauft. Da kann er sich dann morgen hinlegen, weil wir am Morgen 6.20 Uhr in den Kühlen haben. Und wollen natürlich draußen weg. Und ich habe Bingo mitgenommen. Da muss ich nur gucken, wie das nochmal funktioniert. Aber ich sehe gerade, das sehe gar nicht auf Deutsch. Hör mal. Ich muss nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Nina kennt du Bingo? Das habe ich nämlich letztens bei meiner Freundin gespielt. Ich wusste nicht, wie das geht, bin ich euch ganz ehrlich. Und ich habe gewonnen mit über 300, 400 Punkten. Sogar mehr. Ich hatte glaube ich über 500, 600 Punkte. Und sie meinte einmal, wenn du noch einen, was hatte ich denn, 5er Pasch hast, dann hast du Hausverbot. Und hattest du? Nee, Gott sei Dank, ich habe gebetet, dass ich keines kriege. Dann habe ich viermal Bounty, Soft-Baked-Cookies-Gold. Leute, die schmecken mega lecker. Die habe ich für Orden geholt, weil der den total liebt. Und dann habe ich noch ein paar Snacks geholt für den Grill-Tag. Einmal diese Chips. Ich habe nur Chips geholt, eigentlich weil Schokolade uns das sehr doof an dem Tag. Und so einen Gummibärschnutz haben wir da. Nochmal Stapel-Chips. Stapel-Chips. Erdnussflocken. Die hat Nina von meiner Mutter mitgenommen. Dann einmal Smilies Original. Dann Ringlees. Dann einmal diese Lakritz-Mischung. Aber, okay, das ist jetzt ein anderes. Wir haben nämlich noch eins gehabt und das war extrem krass stark. Stark, also das hatte so richtig stark Salmiat-Geruch, bin ich euch ganz ehrlich. Deswegen, ich kann die Schokolade aus. Und zu guter Letzteswürbel schon. Wir haben heute die letzten Zwiebeln. Das war es auch. Das haben wir bei Netto gekauft. Eigentlich hasse ich Netto, aber die Kinder waren jetzt direkt da bei Action und haben dann kurz im Auto gewartet, solange ich einkaufen war. Meins Norma. Norma. Wir waren bei Norma. Ja, aber wir waren ja davor bei Action und dann habt ihr im Auto gewartet. So, jetzt haben wir zu viele Chips. Ich muss noch Kuchen backen. Leute, wir haben sowieso tun. Aber ich habe aufgewandt die Tage. Das heißt, morgen muss ich nicht viel machen, außerdem ist im Augenblick morgen im Zuhause. Dann haben wir nochmal bis drei Uhr Zeit. Und dann kommt noch mein Cousin mit der Frau. Da freue ich mich drauf. Ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Kuchen mache, weil ich wirklich gar keinen Platz habe für den Kuchen. Im Frühschrank. Ja, es ist voll mit Fleisch und allem. Ja, es ist voll mit Fleisch und allem. Ja, es ist voll mit Fleisch. Ja, es ist voll mit Fleisch und allem. Ja, es ist voll mit Fleisch und allem. Ja, es ist voll mit Fleisch und allem. Ja, es ist voll mit Fleisch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich hab das jetzt hier püriert. Dann kommen 80ml Wasser rein. Etwas Zitronensaft. Damit das auch lecker schmeckt. Und dann kommen noch 2 Esslöffel Speisestecke. So, und dann schön verrühren. Das einmal umrühren, bis es dickflüssig wird. Und danach können wir das über unseren Spucken geben. Ist das überhaupt deins? Oder ist das von Lina? Teddy, du kannst nicht alle Kuscheltiere für dich nehmen, Schätzelein. Hey, hörst du mir zu? Sollen wir gehen? Sollen wir raus? Ja? Papa ist jetzt da. Komm. Komm. Komm, wir gehen. Oh, Taddy. Wie bist du so witzig-witzig aus? Taddy. Taddy. Taddy, come. Setz dich da auf den Boden. Taddy. Da ist gar kein Wasser mehr drin, Mama. Ich muss das wieder auffüllen.